Jo, also das mit den Steinen scheint wieder einigermaßen okay zu sein, auch wenn das nicht wirklich ein Problem war, weil das sind halt recht große Kisten. Das dauert eine Weile bis die voll sind und momentan... Es verbraucht sich nicht sonderlich schnell, das heißt hier hinten staut sich das primär. Was ja auch Sinn macht, weil der tut es rein, legt es raus, der tut es rein, setzt es so bis hier hinten. Und da wird es halt nicht mehr rausgelegt und da auch nicht mehr. Aber ja, das wird noch eine ganze Weile reichen, bis das voll ist. Eventuell werde ich die jetzt trotzdem umsetzen müssen, weil die Tanks da sind fast wieder voll. So, Auto ist fertig, nächstes Auto hier. Ja, die Tanks sind wieder voll und es liegt jetzt nicht mehr an dem Fließband, das Problem haben wir beseitigt. Das liegt jetzt noch an Modulen. Also die haben nicht alle Speed-Module. Brauchen wir hier ein paar grüne Chips mal wieder, ne? Ja, also die brauchen definitiv noch Speed-Module. Wir könnten trotzdem ein so eine Zentrifuge hier nochmal hinhängen und eine da hinhängen. Schaden tut es ja nicht. Das heißt, wir müssen einfach nur... Oh, wir haben schon wieder angegriffen. Bei dem Knödel da hinten. Ja, ich müsste auch regelmäßig die Leichen aufsammeln, fällt mir gerade auf. Ist ja doch ganz praktisch, die weiter zu verarbeiten zu diesen Knochen und was weiß ich. Da, so. Hm. Dazu müsste ich mir mal diese Item-Kollektore angucken. Item-Kollektor, das da. Der sollte theoretisch alles einsammeln. Und die Frage ist, wo lagert der das dann? Also ich habe mir den noch gar nicht gearbeitet. Ich weiß nur vom Prinzip her, gucken die in einem Radius um sich rum, was liegt da als Gegenstand auf dem Fußboden? Und das sammeln sie dann ein. Wenn es ihrem Typus entspricht. Also hier haben wir ja einen Sand-Kollektor. Der würde alles an Sand aufsammeln. Auch wenn ich nicht wüsste, wo Sand einfach so auf dem Boden landet. Also ja, man kann es aus einer Reinigungsanlage rauslegen und nicht in eine Kiste packen. Aber es wirkt ein bisschen komisch. Danke gut, du von da nach. Da. Warum arbeitest du nicht? Achso, weil du keinen Sludge hast. Ja, das können wir ändern, glaube ich. Ich brauche mal hier so eine Viererpumpe. Wobei, Viererpumpe ist übertrieben. Warum bitte noch eine Dreierpumpe? Die Viererpumpe will ich lieber irgendwo oben haben, wo es wichtig ist. Äh. Ach, fünf sind wir schon. Ja, dann eine Zweierpumpe. So, wie schaut es jetzt aus? Null. 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 Was? Null. Okay, da ist eine Einerpumpe. Das geht gar nicht. Das muss hier weg. Oh, 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 oh. Angriff auf Mauern. Sich zehn Türme schießen. Ich hoffe mal, das hält nicht lange an. Ne, vorbei. Sehr gut. Ah, sie kommen näher. Der Feind drückt näher. Jetzt haben wir da Sludge. Wir haben da Sludge. Wir haben da Sludge. Ich denke, ich denke, ich werde diese Untergrunddinger hier wieder einstauchen müssen. Ich muss es halt nur so machen, dass man zwischendurch trotzdem noch durchlaufen kann. Also, etappenweise hier immer um die Säule rum. Das heißt, wir machen das hier mal weg. Ah, 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 ah. Stopp, stopp, stopp. Ganz vorsichtig. Wir brauchen Viererpipes dafür. Oh, hier sind auch noch uralte Pipes. Ja, das geht gar nicht. Okay, das ist ein strukturelles Problem. Das beheben wir gleich. Da, da, Stahl fehlt. Also ja, Sludge ist immer ein Problem. Wird immer ein Problem bleiben. Aber das können wir jetzt für eine Weile zumindest wieder lösen. Das hat sich hier so sehr gestaut, dass keins mehr hergestellt wurde. Stahl. Das ist interessant. Aber es staut sich dann hier in flüssiger Form. Das ist in Ordnung. Flüssiges Eisen. Das ist nicht so viel. Ah, da können wir uns später drum kümmern. Hauptsache, die Forschung läuft jetzt schön weiter. Das heißt, die Zeit, in der ich jetzt rumtüftel und rumfriemel und optimiere und was weiß nicht, da geht die Forschung wenigstens weiter. Das ist das Wichtigste. Ich will ja nicht so wirklich Zeit verschwenden. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte die Rohre da ersetzen durch tolle Rohre. Und zwar Vierer erst mal. Danach gucken wir weiter. So, das heißt, du gehst da runter, da hoch, da runter, da hoch. Nimm, 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 nimm. So, die dazwischen sind teilweise aber auch noch Einerrohre. Das geht natürlich auch nicht. Viererrohr, Viererrohr. Kann ich das rückwärts überschreiben? Ja, kann ich. Ah, das ist schade. Also, nein, es ist nicht so richtig praktisch, aber es wäre in meiner jetzigen Situation einfacher. So, die leeren sich ganz langsam. Hier ist Latsch, hier ist Latsch, hier ist Latsch, hier ist wieder gar nichts. Und hier sind Dreierrohre und Viererpumpen. Du hast durchgehend Latsch und das ist gut. Du hast durchgehend Latsch, aber es kommt sehr langsam an. Ja, du hast eine viel zu lange Warteperiode dazwischen. Hier hinten ist das noch viel schlimmer. Hier ist Stillstand. Okay, genau, ich wollte das jetzt ersetzen durch die, baue mal die tollen grünen Rohre. Auch wenn die ewig lange zum Herstellen brauchen. So, weg, weg. Das heißt, hier ist jetzt der erste reguläre Durchgang. Ist okay. Okay, da passt richtig viel Latsch rein. Und wir haben hier auch noch Platz, theoretisch für die Pumpe. Oder Pumpe. Hat das jetzt irgendwas bewirkt? Sagen wir mal hier hinten. Gefühlt nicht, nö. Okay. Dann hauen wir da jetzt eine... Sieht voll bunt aus. Ja, fünfer, fünfer, dann so. Da hin. Guck mir. Jetzt müsste es jetzt theoretisch hier mehr rausgepumpt werden. Das heißt, die Rohre hier müssten alle mehr abbekommen. Na, es steigt schneller. Eben war das so immer 0,1, 0,1, 0,1. Und jetzt haben wir in der Zeit, wo ich einmal 0,1 so langsam gesagt habe, hier schon 0,5er Sprügel gehabt. Immer noch viel zu wenig. Vor allem sind hier Speedmodule drin. Nimm die da raus und mach die erst da rein, wo sie auch gebraucht werden. Hier zum Beispiel. Da. Du hast schon die 2er. Das ist gut. Da kommt der Rest rein. Module, 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 Module. Es fehlt wieder Eisen. Das hole ich mir gleich. Tanks sind auf 8,6 und 8. Das sind alles tolle Rohre. Das sind alles einigermaßen tolle Pumpen. 4,3. Sollte wahrscheinlich hier hinten auch noch welche machen. Es gab auch die Theorie, dass die Pumpen nur eine gewisse Reichweite haben. Also dass jetzt eine Mark IV Pumpe auch nur eine begrenzte Anzahl an Feldern anzieht. Das heißt, die Pumpe hier wird niemals irgendeine Sorgwirkung auf da hinten ausüben. Was natürlich fatal wäre. Weil ich gehe davon aus, dass das gesamte Netzwerk jetzt davon irgendwie angezogen wird. Dass alles, was da vor ist, wird in die Richtung auch ungefähr gezogen. Wenn nicht, bräuchten wir wirklich alle x Felder eine neue Pumpe. Und zwar eine gleich starke Pumpe. In dem Fall 5er Pumpe. Was aber ja auch machbar ist. Also mach mal so, mach mal so. Viele Bonte Smarties. Du haust mal hier eine Pumpe hin. Und da so ein Rohr. Hier füllt sich das Tiere schnell. Schnell. Nochmal schneller als eben gerade. Aber immer noch langsam. Weil aber auch hier die Pumpe fehlt. Also du. Schlager. Ich hatte gerade das komplette Fließband leer gemacht. Jetzt baue ich ein, zwei Rohre. Ist alles wieder weg. Ist schon krass. Vor allem wie dick sind dann die Rohre am Ende. Ich meine, es sind ja Stahlträger, die verbaut werden. Aber gut. Muss man ja auch ein bisschen vereinfachen das Ganze. Sonst wird es wirklich zu komplex später. Also ich wollte 5er Pumpe bauen. Was jetzt noch viel bunter wird. Also 5er Pumpe bauen. Die dann immer da in diesen Zwischendinger da reinpappen. Und dann gucken, ob da hinten irgendwann genug ankommt. Und das Ding müssen wir auch noch gleich anschließen. So, hier. Das heißt, hier wäre die nächste Stelle. Flup, flop. Und da wäre das letzte. Und ja, wir haben ja zwischendrin auch 3er Rohre. Aber ich hoffe mal, daran liegt es nicht. Das heißt, du machst da hin. Du machst da hin. Das schaut sehr gut aus. Ja. Instant voll. Von niemals voll zu instant voll. Das läuft sehr, sehr gut. Hat doch gleich einen Sprung nach unten gemacht hier. Also ja, weil die Rohre auch alle ausgefüllt werden. Aber das schaut gut aus. Instant voll. Oh. Jetzt füllst du dich langsam. Nein. Die Pumpe. Klaut der Pumpe. Den Sludge. Jetzt muss ich mir nicht ernsthaft Gedanken darüber machen, wo ich welche Pumpe hinhau, oder? Also müssen theoretisch die Fünferpumpen alle hier unten ran. Und die Viererpumpen hier hin, um das besser zu verteilen. Richtig? Gott. Kann ich das einfach mit mehr Pumpen lösen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Ich hätte gerne, bauch schon mal das da. Und ich brauche mehr Eisen. Ja. Gut. Also Sludge definitiv ein nicht gerade leicht zu packendes Gebiet, wo man sich auseinandersetzen muss. Aber ich hoffe mal, wenn ich es denn irgendwann komplett verstanden habe, ist es ein wenig leichter. Das kommt. Ich nehme mir jetzt ein bisschen mehr mit, damit ich nicht immer hin und her tängeln muss. So. Dann stellen wir mal bitte auch die tollen Granaten her. Und. Da, die Dinger. Das heißt, die Granaten gleich wieder abbestellen. So. Ja, was hatten wir noch? Also wir hatten uns um die Steine gekümmert. Wir haben uns um Sludge gekümmert. Wir haben da ein bisschen was dran gedreht. Eisen sieht gut aus. Kupfer sieht gut aus. Eventuell müssten wir hieraus irgendwann mal Vierer-Tanks machen. Forschung. Läuft. Aber nicht so schnell. Das heißt, ich werde gleich wieder zurücklaufen und gucken, was ich bei den blauen Tränken optimieren kann. Hm. Oh, Roboports. Ja, das ist noch ein wichtiger Punkt. Das müssten wir auch gleich ein bisschen flächendeckender machen. Weil damit ersparen wir uns eine Menge Wuselkram bei dem Hightech-Zeug. Aber jetzt erst mal das hier. Da, da, da. Achso, keine Einerrohre benutzen. Da, da. Gib mir irgendwelche Rohre, die okay sind. Ah, wieder Angriff, wieder beim Stöpsel. Ja, gucke ich gleich mal hin wegen den Leichen. Muss ich auch regelmäßig einsammeln. Da und da. Du machst bitte Stein. Du machst das bitte so. Du stellst bitte davon ein paar her, auch wenn das tierisch viele Zahnräder braucht. Hm, ja. Und ein Ärmchen. Schon wieder Angriff am Stöpsel. Okay. Ich meine das langsam. Ernst, die Jungs, hm? Ja, das befürchte ich auch. Vor allem kommen sie jetzt in die Mauer schon ran. Neun Türme schießen. Ich dachte eigentlich, da wären mehr. Aber gut. Achso, blaue Ärmchen noch und dann können wir hier Arbeiter machen. Du bist schon am Arbeiten. Produzierst auch Steine. Gut. Was sagen die Tanks? Die waren vorhin noch auf 8. 8 und 8,6. Also es geht definitiv runter und es läuft definitiv besser. Durch die Pumpen, dass sie alle mehr Sludge haben, womit sie durchgängiger arbeiten können. Aber auch durch ihn hier, denke ich mal. Okay. Dann Arbeiter auch mal. Und dann lassen wir den Sludge in Ruhe. Dauschen immer noch welche von den kleinen Knödelchen vorbei. Aber was soll's. Lava zwischendurch immer wieder checken. Sieht super aus. Was? Warum, warum, was ist hier los? Du kriegst kein Sch... Ah! Ein doofes Kupferknödelchen. Das ist Problem Nummer 1 und Problem Nummer 2. Das Ding ist gar nicht angeschlossen. So. Okay. Also nicht, dass wir gerade Mangel hätten an dem 2000er-Lava-Zeug. Aber trotzdem ist das ärgerlich, wenn es an so einem kleinen Knödel hängt. Und dann, dass ich vergessen habe, die Pipe zu setzen. Gut, also das haben wir geregelt. Jetzt wird wieder optimiert bei den Tränken und bei den grünen Chips, denke ich mal. Vorher noch irgendwo hin. Was? Blaue Tränke sind durchgehend da. Du hast keine roten Tränke. Och nö, jetzt ist da schon wieder irgendwas durcheinander. Okay. Okay, okay, okay. Rote Tränke. Wo ist der Haken? Nö, nö, nö. Nirgends. Die arbeiten noch nicht schnell genug. Das kann ich beheben. Bau mal... Zwei tolle Fabriken. Die ewig daran herzustellen, wegen ganz vielen Unterprodukten. Dann ersetzen wir die. Du bist eh durchgehend voll. Das ist okay. Was macht die Plastikkiste eigentlich? Ich mag die Plastikkiste. Die Steinkiste? Gut. Gut, 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 gut. Die anderen Steinkisten hinten werden sich noch halten. Ja, also ich werde jetzt einfach die beiden hier ersetzen durch die schnelleren Fabriken. Und dann klappt das hoffentlich. Ich habe das echt unterschätzt, wie viel von den roten Tränken draufgehen. Das heißt, ich werde dann eventuell die grünen auch ersetzen müssen durch schnellere Fabriken. Also grün ist momentan noch gestauter, aber das ist ja auch noch eine Frage der Zeit. Aber gut, ich hole mal Leichen. Mal Leichen sammeln. Alter Falter. Also diese kleinen Dinger hier sind die Leichen, ne? Das sind viele. Gut. Äh, das dazu. Mehr Türme. Definitiv. Mehr, mehr, mehr. Gut. Abdeckung durch Roboter haben wir hier nicht, ne? Ne. Ne, 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 ne. Bei weitem nicht. Das sollten wir ändern. Wir brauchen da hinten Roboter. Also setzt bitte einen Robo-Port. Wir haben noch einen. So hin, dass er hier sich verbindet. Ja, so ist okay. Damit die Mauern repariert werden. Da kommen auch schon die erste Reparier-Roboter an. Das heißt, wir sollten ein paar mehr von diesen Repair-Packs herstellen. Von denen da. Wir brauchen da.